So, schlechtes Karma, Akt 3. Wir sind immer noch in Tibet, es ist 11 Uhr morgens und es ist immer noch heute. Wer hätte es gedacht? Gut, schauen wir uns mal das Briefing an. Okay, das war ein kurzes Briefing, dann würde ich sagen, gehen wir gleich weiter. Wenn meine Vermutung stimmt, ist das die letzte Mission, Freunde. Die letzte. Die Vermasseln, vermutetes Überraschungsmoment. Bin ich der Einzige, der hier ein verdammtes Déjà-vu-Erlebnis hat? Du sagst es, aber wir müssen das Ganze in den Griff kriegen, zumindest für Keller und seine Jungs. Das ist wohl der Moment, wo ich Hurra schreien sollte. Also wieder besseres Wissen. Hurra, Bruder. Moment. Hurra. Oh, ich werde schon mal entdeckt. Kontakt oben auf dem Tempel, siehst du ihn? Jo. Hab ihn im Visier. Soll ich einfach mal? Ich schieße einfach mal. Okay. Boah, nice. Ein schöner Rückwärtssalto wäre doch mal schön. Okay, lass uns weiter. Aber der hat auch schön genickt und drüber nachgedacht. Weiter. Brauchst du schon Pause? Schnell hinter die Säule. Der rechte gehört dir. Alles klar. Okay, wir rücken vor. Sehr gut. Weiter geht's. Wir stürmen auf dein Zeichen hin. Ich darf wieder die Türen öffnen, war ja klar. Okay. Wir warten auf den Ort. Keine Ahnung, wie es am Tempel aussieht. Bleib ruhig. Jo. Ich bin ganz ruhig. Sieht übel aus. Verdammt. Wir müssen so viele wie möglich mit einem Schuss ausschalten. Check mal, ob man bei einem eine Granate offen sieht. Ähm. Wo bin ich in Katrona gefahren? Da ist eine Granate. Okay, wenn ich aber da drauf schieße, dann... ...wisst ihr, dann weißt du, dass wir dann auf jeden Fall die anderen beiden schnell ausschalten müssen. Gute Arbeit. Greif die Letzten an. Ja, warte, warte, warte. Boah, dieser Strauch da nervt ein bisschen. Scheiß Gebüsche, ey. Schöner Zug. Weiter geht's. Wo? Ich mag Züge, wo ist... Entschuldigung. Weiter geht's. Achtung, feindlicher Heli. Unser Massenvernichtungswaffenfanatiker ist hinzugekommen. Der Wind wird den Piloten eine Weile beschäftigen, aber wir müssen dranbleiben. Wollte gerade was erzählen. Bis sie... Äh, hoch. Als sie gerade angefangen haben zu reden... Ach, sein Scharfschützengewehr kann ich mir schnappen. Wollen wir das einfach mal machen? Wollen wir das mal tun? Ähm... Achso, nee, hier liegt noch unser Gewehr. Komm, wir machen's einfach mal. Schauen wir uns mal das andere Gewehr an. Die Möglichkeit zum Waffenwechsel hatten wir ja jetzt schon ein paar Mal. Jetzt machen wir's einfach mal. Wir nehmen mal das feindliche Gewehr. Lass uns mal schauen. Mal gucken, ob das kein Fehler war. Im Turm auf ein Uhr sind zwei Scharfschützen. Leg sie separat um, wenn sie sich trennen. Das muss ruckzuck gehen. Zuck, da ist ein Baumdingens im Weg. So ein, so ein, so ein Züppel. Ich werde gesehen. Da ist immer noch ein Baumzüppel im Weg. Schalt den zweiten Kerl aus, bevor er sich der Leiche nähert. Ah, ich wurde entdeckt. Den hol ich mir jetzt erstmal. Oh, Moment. Das sieht aus, auf dem Radar, als würde ich zu mir kommen. Woa, was? Mann. So schnell kann ich doch nicht schießen. Okay, ich muss irgendwie, ich darf da nicht mich da so offensichtlich hinhocken. Ich muss die irgendwie anders aus. Lass uns mal schauen. Ja, von hier ist doch viel besser. Im Turm auf ein Uhr sind zwei Scharfschützen. Leg sie separat um, wenn sie sich trennen. Das muss ruckzuck gehen. Schalt den zweiten Kerl aus, bevor er sich der Leiche nähert. Ach, der ist noch nicht mal stehen geblieben. Komm. So, hab ihn. Scheiße Erdgeschoss. Soldaten nähert sich dem Turmeingang. Er darf ihn nicht erreichen. Boah. Zielrechte Seite. Der darf den Turmeingang nicht erreichen. Das sagt er aber kurz bevor er schon im Turmeingang ist. Mal nichts machen. Ja, okay. Erstmal nichts machen. Dann lade ich mal kurz nach. Hier haben wir sogar zehn Schuss in der Waffe. Die andere hatte nur sieben Schuss. Ist eigentlich auch ein ganz nettes Gewehr, ne? Ich mag die Zieloptik irgendwie. Die erinnert so an Call of Duty World at War. Wenn man da mit dem guten alten deutschen Scharfschützengewehr irgendwann schießt. Sie verteilen sich. Mach dich bereit. Beginn mit dem, der dort rumhängt. Den da meinst du? Der ist tot. Der hat was im Ohr. Der hat was im Nacken. Wer denn? Nicht schießen. Abwarten. Da hat sich doch keiner gelöst. Die stehen immer noch zu dritt da rum. Der ist nur irgendwo von da hinten her gekommen. Hier, der sieht noch die Leiche. Soll ich ihn? Ausschalten. Ja. Drei Soldaten links vom Schrein. Die Zeit drängt. Versuch einen Doppeltreffer. Ich nehme den linken. Okay. Dann muss ich hier rüber. Ich muss mal ganz kurz Position wechseln, wenn ich da einen Doppeltreffer machen soll. Hä? Wer entdeckt mich da jetzt? Ja, so kriege ich aber keinen Doppeltreffer hin. Warte. Yes. Hä? Oh. Schieb deine fette Hüfte aus dem Weg. Das war ein perfekter Doppeltreffer, Jungs. Wo ist er hin? Komm, guck raus. Arsch, Schwanzer. Das war ein eindeutiger Doppeltreffer. Du Kröte. Gut gemacht. Er hat bestimmt gerade eine Brustbele da irgendwie an seiner Brusttasche oder wo ich ihn getroffen habe. Ja, 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 ja. Die Säcke. Gibt sie Munition? Erzähl mir nichts, Munition voll. Ja, okay, die Munition ist voll. Ich dachte, ich hätte mal mit der Pistole geschossen. Ah. Ja, super. Oh, die haben mich schon entdeckt. Ja, natürlich nicht bitte. Ja, komm, trau dich. Guck ruhig nochmal. Ah. Oh. Da lebt sie mich am Ohr. Yeah. Sack in die Nase. So schön ins rechte... Ne, ins linke Nase. Wir stecken hier unten am südlichen Haupteingang des Tempels fest. Wir sind bald dort. Bestätigt. Warnung. Wenn du nicht pünktlich kommst, haben wir grünes Licht vom Uniform, das wir angreifen können, wenn es nötig ist. Aber wir heißen deine Himmelskräfte willkommen. Ihr braucht noch nicht zu beten, Jungs. Ich garantiere euch, dass die Kerle mit Feuerregen von oben bestraft werden. Verstanden, Razor. Ja, ich weiß nicht, ob wir da schon gerne orientieren können, weil wir hängen ein bisschen hinterher, glaube ich. Ja. Wir gehen vorsichtig rein. Sei auf der Hut. Auf Zehenspitzen. Auf Zehenspitzen oder Neunspitzen? Überlass ihn mir. Entschuldigung. Der war flach. Hast du gesagt, lass ihn mir? Tack. Nein, okay. Komm. Wollen wir mal nicht so sein. Jetzt versaut das bestimmt. Ne? Okay. Alles gut. Er hat es nicht versaut. Fahrzeug, versteck dich. Ach ja. Es fährt wohl vorbei. Lass es. Feind geradeaus. Ich bin mal ins Gemüse gelaufen. Wow. Ach, der hat gesagt, Feind geradeaus. Ich dachte, lauf geradeaus. Da habe ich ihm mal was ins Ohr gebracht. Gepustet. Entschuldigung. Da unten sahen die Pflanzen grüner aus. Deswegen wollte ich da unten ran. Offensichtlich ist das falsch. Ein Feind ist weg. Warte, bis der Schutz im dritten Winkel ist und dann schnapp ihn dir. Gib mir mal Deckung. Du wirst ja eh nicht entdecken. Was soll ich machen? Ich schnappe ihn dir. Okay, das ist ein Ziel markiert. Jetzt sind wir am Arsch. Was? Du hast doch gesagt, ich soll mir den schnappen. Was ist los mit dir? Schnapp ihn dir. Ich schieße ihn ab. Heute sind wir am Arsch. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht zugehört. Vielleicht hat er gesagt, warte zwei Minuten, bis er in Deckung ist und dann schieße ihn ab. Das kann natürlich sein. Wer stellt denn da Koffer hin, wo nichts drin ist? Ich bin da. Schöne Glocke. Wollen wir mal kurz? Ich glaube, wir gehen hoch. Wie jetzt? Wir haben doch gar keinen Sprengstoff mehr. Darf ich auch? Ja. Oh, ist der langsam. Aber hey, der hat schon ja zu tragen. Gibt es hier Muni... Ja, Munition. Oh, na sowas. Kann ich hier F-drücken zum Runterspringen? Och, Manu. Ich wollte F-drücken zum Runterspringen. Hey, hey, hey. Das Gewehr habe ich doch gar nicht mehr. Elia im Boden. Du hast einen Visual an Meddox? Das ist der Hölle. Merinovs Schar-Schütze. Ich glaube... Nein. Was ist? Ich glaube, es ist Meddox. Meddox. Nein. Unser finaler Kampf ist gegen Meddox. Er schießt ihn, sonst entkommt er. Alle die Tos. Bitte, helst. Er schießt er. Nein. Der hat die Reflexion von meiner Linse gesehen. Es blickt direkt auf uns zu. Was soll ich tun? Es ist in das Cockpit. Das Cockpit ist beschädigt. Schieß da durch. Schieß durch das Cockpit. Jetzt. Ich sehe nichts. Hallo? Es war unscharf. Entschuldigung. Das war aber... Wir brauchen doch nicht zu beten, Jungs. Ich garantiere euch, dass die Kerne mit Feuer... Das war aber wirklich sehr unscharf. Und dann bin ich einen Schritt zur Seite gegangen. Und dann wurde es scharf. Ich stand da irgendwie blöd. Ich hatte erst mal Panik. Komm, beeil dich. Vor allem... Wo war denn der letzte Speicherpunkt? Und... Endes, lass uns angreifen. Wollte ihr mich verarschen? Ich muss jetzt hier echt nochmal hier den ganzen Scheiß laufen. Auf Zehenspitzen. Ja, ja, ja. Komm. Ziel geradeaus um die Ecke. Überlass ich mir. Versteck dich. Leck mich am Arsch. Du Scheiß überlasse ich dir. Es fährt wohl vorbei. Lass es. Ja. Es fährt vorbei. Feind geradeaus. Den da, meinst du? Sorry, ich sehe da keinen. Los. Jetzt machen wir mal ein bisschen hier Zahn zu. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt beim zweiten Versuch. Sonst wäre es uns ärgerlich, wenn ich das nochmal versuchen müsste. Ruhig, ruhig, ruhig. Ein Feind ist weg. Warte, bis der Schützer im toten Winkel ist und dann schnapp ihn dir. Oh. Hör auf mich zu entdecken, Mann. Was ist denn, wenn ich mir den einfach mal zuerst schnappe? Ha! Ich habe erst mal daneben geschossen. Sorry. Zum Glück kann man mit dem Schatzschutz immer schnell schießen. Ich könnte direkt danach nochmal schießen. Das ist doch nett. Na komm. Jetzt schaffen wir das mal. Jetzt weiß ich ja, dass ich einfach den Hubschrauber abschieben soll. Ich glaube, wir gehen hoch. Ja, ja. Ich gehe ja schon. Komm. Diesmal gehe ich vor. Hallo. Alter, habt ihr das gesehen? Der hat mich geschubbt. Dias. Dias. Wenn wir zu Hause sind, machen wir eine Dias-Show. Oh Mann, sind wir flach heute. Der Witz musste aber kommen. Ihr wusstet das schon die ganze Zeit. Der musste kommen. Okay, schauen wir uns das nochmal an. Kann ich das wegdrücken? Ja, das kann ich wegdrücken. Er schieß ihn, sonst entkommt er. Alles, ihm's los. Geschossen, er hat sich. Ah. Boah, scheiße. Und er sei denn, dass der Hubschrauber geschossen hat? Es fliegt direkt auf uns zu. Anderson, das Cockpit ist beschädigt. Schieß da durch. Schieß durch das Cockpit, jetzt. Habe ich doch jetzt schon dreimal. Was? Hallo? Ihr könnt doch nicht ernsthaft von mir erwarten, dass ich das auch noch treffe. Oh Mann. Moment. Jetzt splitze ich hier einen Speicherpunkt? Vorsicht. Oh. Warum wurde er hier beim ersten Mal nicht hier gespeichert? Boah, Alter. Was ist das denn für die Scheiße? Ja, ich kann doch nicht. Unmöglich. Okay. Jetzt habe ich's. Oh mein Gott. Was für ein Schuss. Warum? Weil der kommt jetzt nicht. Ich habe nur einen Piloten erschossen. Sau. Geil, das ist noch nicht vorbei. Okay. Hat unser guter Anderson gerade gesagt, es ist noch nicht vorbei? Heißt das etwa, es gibt noch eine Mission? Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Vielen Dank.